Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator und wir machen natürlich jetzt als Predator weiterspielen und fangen die erste Mission an als Predator und ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf, jetzt die Kampagne von Predator zu spielen. Der ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, der ist einfach cool. Ich meine, der ist richtig hässlich, aber der ist cool. Also ich kann euch auch nur empfehlen, mal Alien vs. Predator zu gucken, also die beiden Filme. Die sind beide sehr gut eigentlich, meiner Meinung nach, weil in beiden Filmen, oder es ist halt so, dass beide Filme zusammenhängen. Der Teil 1 endet, mit was sag ich jetzt natürlich nicht, endet aber halt und bei Teil 2 geht es direkt da weiter, wo Teil 1 aufgehört hat. Das ist halt immer so, ich mag sowas, wenn sowas direkt dann da anknüpft. Hier sieht man mal, dass die Predator schon einen ticken weiter sind. Okay, die können sogar das Raumschiff unsichtbar machen. Das ist auf jeden Fall guter Tarnmechanismus. Ich kann euch sagen, der Predator ist verdammt cool. Muss man auch eigentlich mal so, ne? anerkennen. Also ich weiß nicht. Ich kenne die Alien-Filme, ich kenne die, ähm, ja, Wärmesicht haben wir auch. Ich kenne die Filme, ich kenne, ähm, die Predator-Filme und ich kenne Alien vs. Predator. Und ich muss sagen, ich finde beide richtig geil. Ich mag Alien noch einen Tick mehr, weil das ist einfach so krass, wie die gestaltet sind manchmal und alles und wie das gemacht wurde. Aber, ähm, so an sich ist... ähm, so an sich ist der Predator schon richtig klasse. Den hätten wir. Und jetzt kommt er natürlich und guckt sich hier um. So ähnlich eigentlich wie beim Alien. Ach komm, woher weiß er das denn? Richtiger Schwachsinn. Geh weg. Ah, ich dachte, wir könnten den Köpfen. Bam, Junge. Ich hätte mir beinahe ins Bein gehauen. Auch praktisch. Ich weiß gar nicht, zu welcher Seite müssen wir überhaupt. Ich glaube zu der. Ähm, können wir da nicht rauf, doch. Okay. Äh. Hier rauf. Und da sind schon die nächsten Gegner. Jetzt kommt eine weitere Fähigkeit. Wir können nämlich... Fliegen. Nein, Spaß. Wir können, äh, die Gegner voneinander entfernen, indem wir die weglocken. Da müssen wir nur einen markieren, wenn wir mal können. Ich würde gerne da hinspringen, aber das geht nicht. Wir müssen erst einen markieren. So. Den locken wir mal dahin. Und ich hüpfe jetzt mal hier hin. So. Und dann packe ich mir erst den da hinten. Der andere, genau, der entfernt sich jetzt. Und tschüss. Jetzt machen wir das nämlich so, dass wir das Geschütz ausschalten. So. Perfekt. Unsichtbar machen. Rauf. Und jetzt müsste der Typ kommen. Oder auch nicht? Stand down. Na, komm, dann locken wir den da hin. Jawohl, eigentlich ist das total dumm gewesen. Der hat da gar nicht zu uns geguckt. Und jetzt guckt er doch zu uns. Der kommt von hier. Bitte. Was ist das denn? Ich könnte den jetzt abschießen, aber nee, das mache ich nicht. Und tschüss. Ja, also die Predator-Kids sind auch relativ brutal. Ich finde eigentlich sogar sehr brutal. Weil man halt manchmal wirklich den Kopf dann mit der Wirbelsäule rauszieht. Und dann die Wirbelsäule noch so streichelt oder so. Also der Predator sieht das schon alles sehr als Trophäe. Hier ist ein Predator. Da war dieses Geräusch. Ich finde das so cool. Man sieht als Alien, äh, als Alien sag ich, als Predator. Den trifft man relativ schnell auch auf Aliens. Ich wollte ihn gerade erst abschießen, aber dann habe ich mir gedacht, lass die doch einfach zu dir kommen. Und tschüss. Ja, komm her, du Birei. Abschauen. Made. Ungreifig, so. Okay. Sollten wir kurz mal abwarten. Hier müssten aber noch mehr kommen. Oder sein überhaupt. Auftragsmarker wurde aktualisiert. Hier müssten jetzt noch welche sein. Ha, sag ich doch. Down. Da ist einer. Ja, komm. Tschüss. Stinker. Wir können die natürlich auch anspringen. Ja, ja. Hör auf, mir schaden zu machen. Scheiße. Okay. Na, wo ist er denn? Da ist er. Was? Junge. Hä? Manchmal sind die echt zu schnell. Ah, komm. Geh down jetzt. Wo ist der andere? Da. Töten sie die Schlangen. Töten sie die Schlangen. Für die Predator sind das also Schlangen, ja. Interessant. Interessant. So, rauf da. Ab dafür. Das hier ist jetzt relativ einfach. Hier müssen wir nur wieder, natürlich, wie kann es auch anders sein, die Typen ausschalten. Was relativ einfach ist, weil die Leute sind irgendwie, meiner Meinung nach, reagieren die mehr auf Aliens als auf Predator. Das ist ganz komisch. Wir laden eben unsere Energie auf. Das geht an diesen Generatoren. Und dann hüpfen wir einfach mal kurz hier rauf. Bleiben natürlich in Deckung. Weil noch sind wir nicht fertig. Da ist einer. Und tschüss. Der zweite. Ja, man muss sagen, also das ist relativ einfach. Aber das ist auch tatsächlich so einfach, wenn man auf den anderen Schwierigkeitsgräden, sagt man es überhaupt so, spielt. Das ist jetzt nicht so der Unterschied. Was halt wirklich sehr overpowered ist, ist dieses, man markiert die. Ich will nicht zu weit zur Seite gehen. Ich hüpfe mal hier rüber. Und hüpfe mal da hin. Genau wegen diesem scheiß Geschützter. Wo ist denn jetzt der Typ? Na, wo ist er? Bin ich noch? Okay, ich bin noch unsichtbar. Und ihr erkennt vielleicht, ihr erkennt vielleicht das Level wieder. Wir waren eben erst mit dem Alien hier. Tatsächlich. Also, ähm... Naja, ich hab ja gesagt, Level-Wiederverwertung. Was jetzt nicht so schlimm ist, meiner Meinung nach. Ich meine, die Level sind eigentlich ganz stimmig. Die sehen relativ gut aus. Kann man jetzt nix sagen. Die Geschütze können wir jetzt auch noch nicht ausschalten. Wir müssen jetzt... Erstmal hier den Gänner. Da war ja noch einer. Und tschüss. Ha, wie geil. Da haben wir es endlich mal geschafft, unentdeckt zu bleiben und Stealth zu bleiben. Naja, unentdeckt waren wir ja nicht zu 100%, weil das Geschütz uns gesehen hat. Aber das Teil sieht ja echt alles. Das ist schon... Die mag ich echt nicht, diese Geschütze. Außer wenn man den Menschen spielt. Dann sind sie eigentlich ganz okay. Die Kanone ist auch ausgeschaltet. Ne, die ist noch an. Ich dachte, die geht aus, wenn man... Ah, ne, stimmt. Dann geht nur die Türe auf. Eigentlich müssten... Genau, zwei Leute. Und einer ist noch oben. Ich werd mal als erstes den da packen. Der ist aber auch grad einfach erreichbarer. Den setzen wir mal da hin. Geh du zurück oder geh da rein. Aber dreh dich jetzt mal um. Okay, der ist tot. Wenn wir Pech haben, dreht sich genau jetzt der andere um. Ja, ne doch noch nicht. Glück gehabt. Okay, tschüss. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, die alle Stealth zu killen. Das ist ja der Hammer. Das hab ich noch nie geschafft. Ich geh natürlich unsichtbar hier rein. Ist hier einer? Nein. Aber hier ist nochmal Energie. Und, ähm... Hier ist nix. Aber dafür ist... Ach, doch nicht. Das hab ich schon eingesammelt. Das hab ich schon eingesammelt. Hier gehen wir leise rein, weil... Hier ist nämlich noch eine Wache. Ja, ja. Jetzt kommt das mit dem Todesstoß, wisst ihr. Netzhautscanner. Ja, man kann Netzhautscanner nur benutzen, wenn man, ähm... Den Kopf hat. Geh weg. Den... Ach, das geht jetzt hier nicht. Ey, jetzt sag mir nicht, der sieht mich so. Verpiss dich. Ach komm, das ist doch Quatsch, Mann. Du brauchst schon mal gar nicht wegrennen. Du hast nämlich schon verkackt. Seinen Kopf brauchen wir nämlich, weil wir seine Augen brauchen, um gewisse Türen aufzumachen. Stand da ja auch eben. Netzhautscanner. Hier können wir die Geschütze ausschalten. Und hier können wir ein Tor aufmachen, das uns jetzt relativ viel hilft, weil jetzt haben wir nämlich Aliens hier reingelassen und unten sind Marines. Die werden jetzt von den Aliens bekämpft. Wenn wir einen Moment warten. Ach Quatsch, die Marines. Ha, ich hab's nämlich voll verkackt. Hätte ich die Marines am Leben gelassen, dann hätten die gegen die Aliens gekämpft und hätten sich gegenseitig ausgeschaltet. Aber ich muss ja alles töten. Und tschüss. Aua. Ab dafür. Hier muss aber... Da, sag ich doch. Und tschüss. Alter. Da ist noch einer. Packen wir uns natürlich auch direkt. Man muss sagen, die Stealth-Kills von vorn... Also, das sind ja dann gar keine Stealth-Kills. Die Kill-Moves, die man so von vorne macht, die gehen wesentlich schneller. Da ist hier noch einer. Die gehen wesentlich schneller als... Da ist noch einer. Ha, du Lappen. Ach, da war noch einer. Der wird mir dann wahrscheinlich jetzt Schaden machen. Sag ich doch. Und tschüss. Wie viel kommt denn da? Also, ich meine nicht, dass mir das was bringen würde, wenn ich die alle umbringe. Also, es gibt leider kein Erfahrungssystem oder sowas. Aber es ist halt so, dass das ziemlich nervig ist, wenn man dann so Aktion hier hat und man die ganze Zeit von der Seite angegriffen wird. Da verliert man halt unnötiges Leben. Einmal heilen. Da kommt keiner mehr. Okay. Rauf. Und ihr seht schon, also, die Level an sich hier, sie sind... Ähm... Ja. Identisch mit denen, die man als Alien gespielt hat. Nur halt die Menschen, beziehungsweise... Ja, man könnte schon fast sagen, die Opfer sind anders verteilt. Wir haben hier insgesamt jetzt da drei Leute. Plus ein Geschütz, soweit ich das im Kopf habe. Hier sind vier Leute unten geschützt. Nee, da sind zwei Leute. Und ein Geschütz. Nee, drei. Doch, habe ich richtig gesehen. Okay. Den packen wir uns jetzt gleich. Hier ist wieder der Punkt mit dem Wasser. Das ist ziemlich scheiße. Na, hüpf drauf. Und tschüss. Ha, geil. Ich werde natürlich versuchen, mich, äh... bedeckt zu halten. Also, ähm... Versteckt er. Könnte man sagen. Da ist jemand. Und da ist jemand. Den locken wir mal da her. Ey, wieso bin ich sichtbar? Wie scheiße ist das denn? Wenn ich schleichen will, dann werde ich sichtbar. Wo ist da der Sinn? Ich meine... Hallo, wenn man schleichen will. Oh, da sind zwei Leute. Doch nicht. Das ist, wenn ich ins Wasser gehe. Ist das überhaupt jemand? Nein, das... Da war gar keiner. Hier ist nur noch einer. Oder ein, nee. Hier ist nix. Hier ist nix. Passt keiner. Tschüss. Und... Down ist der Marine. Äh... Wie gehen wir jetzt weiter vor, überlege ich gerade. Shit. Ich sollte vielleicht übers Wasser hüpfen. Da oben ist auf jeden Fall ein Geschütz. Ich hüpfe mal da rauf. Okay, da ist einer. Der hat mich jetzt aber nicht gesehen. Sind wir... Nein, sind wir nicht. Scheiße. Dann machen wir das anders. Wir locken den da hin. Und packen uns den dann. Und ich sehe gerade, wir sind wieder rüber. Mein Gott. Ich muss auch mal auf den Timer achten. Was bringt der mir sonst? Ich würde mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Part. Wenn euch die Predator-Kampagne bis jetzt gefällt, könnt ihr hier einen Daumen hoch geben. Ihr kennt den Scheiß ja. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.